Ziegenrück ist immer eine Reise wert. Seit einigen Tagen aber lohnt sich der Ausflug in das von Wattenfall betriebene Informationswasserkraftwerk in der Fernmühle ganz besonders. Denn dort gibt es eine völlig neue Form der Präsentation von Blitzen, die nicht mehr allein laute Kracher erzeugen, sondern diese in eine melodische Klangfolge bringen. Im Hochspannungsraum können sich Besucher täglich außer montags um 11 Uhr und 15 Uhr von diesen musikalischen Blitzen elektrisieren lassen. Museumsleiter Andreas Schmidt zeigt uns jetzt ein Beispiel. Ziegenrück ist immer 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 ein Beispiel.